Ein Zuschauer hat vorgeschlagen ich soll ein Simulator spielen spielen und hier bitte wir spielen heute Pet Simulator X knacken eine riesen chest also ich würde sagen nur noch 800 Trillionen wir haben dabei aber ziemlich Fortschritt gemacht ich weiß dass ihr nur die Geldanzeige gesehen habt aber trotzdem 600 Millionen Ende doch das Video wenn wir diese Truhe aufgekriegt haben dann müssen wir noch mal viele Coins drauf so drauf sammeln wir mal ein paar Coins ein und in wenigen Sekunden ist es dreht die Explosion auf das dauert nicht mehr lange Leute dessen bin ich auch in der Ansicht hey jetzt habe ich nur drei Pets gepript jetzt ich bin der Best es gibt aber kein Pad nicht mehr das mir folgt und es geht noch viel schneller runter man könnte sagen das ist die HP von der Kiste ja Leute wenn euch solche Simulator Videos grundsätzlich gefallen lasst ein Like und ein Abo da ja für mehr solche Videos 10 9 8 7 6 5 4 2 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 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 6 8 9 10 11 11 5 5 5 13 11 15 15 16 20 20 21 21 21 23 20